So und damit hallo und ich komme zurück zu einer Baden-Haus-Kabier zu Drift21, unserem zweiten Teil zum wunderbaren Boxer-Motor-Update Und ihr seht, ja, ich habe schon mal ein bisschen aufgeräumt für uns, wenn wir hier Gäste reinlassen, das muss sich ja auch irgendwie vernünftig aussehen Gut, wenn ich dann in mein Lagerhaus wechsle, ist das höchstlich finde ich hier nie wieder Sachen wieder Aber ja, auf jeden Fall sind wir zurück und ich habe ja gesagt, zwischen dieser und der letzten Folge wollte ich mich kurz um die Fahrwerksachen kümmern Und das möchte ich euch gerade doch mal schnell präsentieren Wie ihr nämlich hier wunderbar jetzt sehen könnt, habe ich diesem Fahrzeug ein, ja, ein umfangreiches Abblick gegeben Querlenker, also ist wirklich alles, was anpassbar oder änderbar war am Fahrwerk, hat eine überarbeitet bekommen Wie gesagt, selbst hier wunderbar der Hilfsrahmen, den gibt es nämlich auch in Sport Ich halte, ich durfte hier nochmal alles rausruppen, also auch den Motor Und das habe ich verändert, Fahrwerk, dies, das hat alles bekommen, größere Bremse natürlich vorne, hinten Wie sich das gehört auch hier, natürlich auch alles mit sperrbarem Diff, dies, das sieht alles sehr anregend aus Ich habe mich für schwarze Bremssattel als Hauptbremssattel entschieden Weil man sagen muss, dass wir ja schon rote Felgen haben Und ich denke, dann waren mir rote Bremssattel in Takten zu vieles guten Und ich wollte es ein bisschen runterfahren und nicht komplett übertreiben Deswegen hier seht ihr den schwarzen Bremssattel Hinten haben wir noch einen anderen Fahrwegen, der ist von der Handbremse, der Bremssattel, der da nochmal extra sitzt Und ja, ich würde sagen, wir werden mit diesem Monster jetzt mal auf die Straße gehen Höchstlich voll aufs Maul fliegen Weil, um euch nochmal ganz kurz vor Augen zu führen 1061 PS Also, ja, das ist ein bisschen was Aber das werden wir schon hinbekommen So, und damit sind wir auch schon wunderbar auf der Strecke, liebe Leute Oh, das klingt schon mal annehmlich Ich sage mal so, damit können wir arbeiten Das geht schon mal fit, Alter, mal weiter Holy shit, was geht denn bei dir ab, Kollege? Beruhig dich doch Junge, Junge, Junge Das klingt mit dem Raumklänge einfach noch viel brutaler Ich liebe es Ich liebe es Okay Ähm Wir haben aber keinen nicht Ich hätte gerne So Ich würde mal sagen Ähm, wir schauen einfach mal Was so geht Was unser Boxermotor so kann Also, man kann nicht davon sprechen, dass wir keine Leistung hätten Davon haben wir genug Mehr als genug Ähm Klang Also Es hat schon eine Boxernote Also, der klingt auf jeden Fall gut anders als der Wankel, den wir letztes Mal im E36 hatten Nicht hundertprozentig perfekt getroffen Kann aber auch natürlich mit der Abgasanlage zusammenlegen Weil dieses typische POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP weil dadurch kommt das zustande, dadurch, dass die Abgasen nicht im selben Zug bei der selbst Stelle in der Abgasanlage ankommen. Dadurch kommt dieses typische Subaru-Geräusch auf unseren Ketten. Ich mag unseren Turbolader auch, aber unsere Abgasanlage, die meinen komplett Feuerbälle zu schießen. Ja, lässt sich aber ordentlich kontrollieren, der Kollege, muss ich sagen. Das fühlt sich auf dem ersten Einblick schon mal sehr gut an. Ich will meine Irgendwas-Geräusche begehen, weil ich glaube, damit komme ich ein bisschen besser klar. Sagt er und nimmt den ersten S-Ref und startet mit. Ich muss mich abgewöhnen, mich durch meine eigenen Auspuffgeknalle erschrecken zu lassen. Das ist nicht hilfreich, wenn du jedes Mal in den Kurven wirst. Das ist so ein Zuckerkrebs, weil dir die Kareten gerade explodieren ist. Das wäre nicht der Fall, hätte ich nicht gemeint, das Ding gefühlt auf 20.000 PS zu bauen. Dann wäre das Problem nicht so da. Da drehe ich mich gerade einmal schön ein, einmal schön im Kreis. Ich bringe noch ein bisschen Tempo drauf. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, wenn ich noch eine Kurve zu fahren, 100 Sachen drauf zu haben. Einfach ein bisschen an unseren AI-86 gewöhnen. Man könnte natürlich jetzt als Profi sagen, Lukas, das war vielleicht ein bisschen zu viel Leistung, aber darauf sage ich einfach, ja, das kann durchaus sein, und so hast du vielleicht recht, aber es könnte mir nicht egaler sein. So, wir nehmen mal die Perspektive, weil man sieht ein bisschen, ein bisschen mehr schwenkt. Und man sieht ein bisschen mehr bei unserem sexy Driftwinkel. Weil wir haben natürlich ein bisschen mehr, dank dessen, dass wir da, ich sag mal, die Originalaufhängung eines AI-86 ein bisschen umgebaut haben. Davon ist nicht mehr so viel da. Also wir haben sehr viele originalen AI-86-Aufhängungen jetzt im Lager liegen. Falls sie jemanden brauchen, gerne fragen. Wäre günstig abzugeben. Ich habe mich dafür lieber entschieden, meine AI-86 unfahrbar zu machen. Oder eben nur noch quer. Das kann man jetzt entscheiden, wie man will. Die Perspektive mag ich lieber. Ja, da habe ich schön Kontrolle über mein Auto. Und ich werde im selben Moment noch Opernsänger. Multitalent. Guck mal hier, guck mal hier. Also langsam, aber sicher, übertreibe ich es wieder. Wunderbar. Natürlich müssen wir auch auf Ibiso fahren. Ist natürlich klar. Man muss diesen Sprung mit dem Drift mitnehmen. Soweit ich aber weiß, ist diese Strecke leider in Zukunft, ich glaube, es war der Teil von Ibiso, klärt mich auch, wenn ich leider falsch liege, der umgebaut wird, weil Toyota oder irgendwer jetzt hier einen Offroad-Parcours daraus bauen möchte. Also anscheinend ist dieser spezifische Teil mit eben diesem Sprung-Drift anscheinend verkauft worden und wird jetzt momentan umgebaut. Soweit ich das richtig im Kopf habe, werde ich falsch liege, bitte korrigieren. Wenn ich richtig liege, bitte applaudieren. Naja, ihr wisst das Prozedere, wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal. Und das ist ein schöner Kuss, um ein bisschen schneller mal zu driften. Ich würde jetzt schon mal sagen, dass ich den AE86 mit dem Boxermotor geiler finde als den E36 mit Wankenmotor, weil den Sprung-Drift habe ich beim E36 nach 20.000 Anlaufmen bekommen und das hat komischerweise jetzt im Fast Drive funktioniert. Okay, funktioniert ganz gut, dass wir es hier gebaut haben anscheinend. Also selbst ein kompletter Noob kann damit umgehen. Aber es ist halt auch ein AE86, das Ding ist hier halt auch einfach gebaut dafür. Und wenn wir dann halt noch schöne japanische Technik da reinballern, im Sinne eines wunderbaren Boxerherz, dann ist das halt einfach eine Kombination, die einfach sehr gut miteinander harmonisiert. Da kannst du auch die größte Vollidien unterm Steuer sein. Das funktioniert einfach nur hier. Wer bei keinem Feintuning macht, also ihr könnt ja noch super viel Feintunen, also wenn ihr davon Ahnung habt, könnt ihr euch hier noch richtig austoben und dann gehen die richtig mit den Nummern. Aber ich meine, das hier funktioniert hier wunderbar ohne Feintuning und die Kiste rupt hier einfach quer. Das ist schon ein Träumchen, ich sage es euch. Das macht schon ein bisschen Spaß. Das ist natürlich auch geschuldet der Geräuschkulisse, die mich ein bisschen antwört, weil Boxerklang plus Non-Stop-Feuerwerk am Heck und ein Turbolader, der konsequent Schnappatmung schiebt, das macht schon Spaß zusammen. Ja, okay. Diese Rechtskurve, die ist so ein bisschen tricky, weil du kommst vorne schon rechts an, rutscht aber natürlich, weil du vorher in der Linkskurve hast du ein bisschen weit raus und musst aber hier dann wieder in den Schaltepunkt reinkommen. Heißt, du musst vor der Kurve eigentlich wieder nach außen rutschen, um dann in die Kurve reinrutschen zu können. Das Problem ist, du bist halt, wenn du die eine Kurve da oben schnell fährst, relativ, ja, kommst du hier am Schaltepunkt recht weit raus. Ihr seht ja, guck mal, wo meine Linie endet. Hier, da. Also die Linie hier, ich müsste hier schon längst wieder ein bisschen rüberkommen, damit ich von hier aus dann reinrutschen kann. Da müssen wir noch ein bisschen Übung walten lassen, weil das hätte ich gerne, dass ich da die Kurve nochmal schön mitnehme und den Kurve einmal in einem schönen Fluss durchdriften. Das wäre nice. Das ist halt so eine schöne Highspeed-Kurve, da kannst du richtig reinschäppern mit der Kiste. Oh, komm schon. Easy, easy, easy. Oh, ein bisschen in der Wiese lang. Alles gut, du musst da, opa, ja, noch zurückgeholt. Und jetzt Gas, 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 komm, durch, 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 durch. Das ist eine lange Kurve, hier können wir schön am Gas bleiben. Da schmeiße ich ihn fast weg, aber ich habe sie gefangen. Das müssen wir eigentlich hier rüber. Ja, und jetzt hat sie sich wieder eingedreht. Ach, Mann, Alter. Okay, ich fahre jetzt mal ganz kurz hier nochmal von oben an, weil ich will diese Kurve mitbekommen, das ist gar nicht so schwierig sein. Das kann doch nicht so hart sein. Okay, ich drehe mich halt schon vor der Kurve ein. Geil. Was ist denn mein Problem? Das war eine rhetorische Frage. Ihr müsst mit meinen Problemen nicht aufzählen. Ich rutsche halt zu weit rum. Ich komme nicht, ich kann nicht so schnell wieder gegenlenken. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr mit der Handbremse arbeiten an der Kurve. Ja, ich nehme das jetzt mal hin. Ich nehme das jetzt mal als Versuch hin. Ich meine, ich habe den Jump-Truth hinbekommen. Ich meine, man muss auch mit kleinen Erfolgen im Leben sich das mal schönreden. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mal zusammenzocken lässt, ey. Ja, natürlich, was für die Japaner natürlich auch passend ist, man muss natürlich auch in ein wunderbares Parkhaus. Man muss natürlich auch ein bisschen Parkhaus-Trips machen. Das gehört sich einfach. Das gehört einfach zueinander, seit Fast and Furious mir das gepredigt hat. Und Fast and Furious ist ja die echte Welt. wäre ich jetzt nicht tot, sondern hätte die Welt gerettet mit dem Einschlag. Keine Ahnung, aber es ist fast natürlich, das fragt nicht. Das hat sicher miteinander irgendwie zu tun. So, wir gucken, ob wir das jetzt hier gehalten kriegen. Man muss günstigerweise sagen, ist das Parkhaus mit dem breitesten Aufwand, den ich jemand in meinem Leben gesehen habe. Das muss man dankenswerterweise sagen. Normale Parkhäuser haben eigentlich nicht so Bock, dass die 20 Kilometer Spurbreite haben. Außer dieses japanische Parkhaus. Und, finde ich gut. Oh, komm, komm, halten, 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 halten. Alles gut. Komm, 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 ja, wunderbar. Ja, 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 komm, weiter, 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 So weiter geht es nicht mehr, heißt, wir müssen gleich wieder. hoch. Komm schon, weiter, weiter hoch, 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 hoch. Kommt noch ein Walltap zum Ende? Ja, wunderbar, noch ein kleiner Walltap, obwohl das schon kein kleiner Walltap mehr war, das wäre eher, ich möchte mich mal ein Seitenteil eindrücken, aber, das passt schon so, das passt schon so. Ich meine, wir sind immer noch nicht unterbrochen, die Driftkette, noch läuft die Driftkette hier. Vielleicht kriegen wir back up nochmal einen kleinen Walltap hin, das wäre nice. kleinen Walltap, kleinen Walltap, komm, weiter raus, komm noch ein bisschen, noch ein bisschen raus. Ich hab da, da war, da war der Walltap, nein, ich strebe mich ein, nein, aber es war ein Walltap, also ich meine, es war erst recht ein Gewollter, es ist ja kein, ein Walltap kannst du ja auch sagen, oh, das war, das habe ich gut gemacht, also ich bin einfach viel zu weit rausgekommen, habe Picarbonikatorkontrolle gehabt, und habe ein bisschen in die Wand berührt, aber das war ein Gewollter, ich habe extra die Spur nach außen treiben, das die Lenkung aufgemacht, das war ein bisschen mehr, nach außen treppen, ne, also das war, das war gewollt. Schon im Abschluss müssen wir natürlich noch meine Lieblingsstrecke im Spiel fahren, nämlich die Toge-Strecke, sieht man daran, dass ich diese Strecke kein bisschen drauf habe, wunderbar, weil Toge-Renn-Berg-Drift sind immer nice, da machst du nie was falsch mit, und so ist das mit dem AL-86, mit Boxerherz natürlich genauso, erstmal muss ich die scheiß Berge hochkommen, mit Leitentraktionsverlust, Uiuiui, man kann die doch auch richtig böse schnell fahren, nur ich verliere dann auch böse viel die Schnellkontrolle, ja, das sind die Gegensprünge, die ich gerne schaffen will, dieses Zack von einer Seite in die andere Richtung werfen, ich darf das natürlich nicht zu schwungvoll machen, weil sonst rutschen wir natürlich in der nächsten Kugel zu weit raus, wie wir gerade gesehen haben, das mag man irgendwann vermeiden, die Handel war ganz okay, nicht perfekt, aber okay, ich muss ein bisschen mal sanfter, langsamer da rein, ich schmeiß die Karate einfach mit viel zu viel Tempo rein, und dann machen die G-Kräfte ihren Resten, die wollen wir halt vermeiden, ja, das war gut, so in andere Richtung, die Richtung, ja, nein, 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 ich versuche mich jetzt zu konzentrieren, ich halte vielleicht einfach mal meine Backen, das habe ich letztes Mal auch schon gemerkt, wenn ich ruhig bin, fokziert, besser, mache ich Ley bekannt, dann habe ich Das ist sehr cool gewesen, wenn ich das reinbekommen. Ich habe mich leider durch die Wand da oben ein bisschen zu früh nach rechts treiben lassen und habe die Kurve deswegen ein bisschen angenommen. Aber es war trotzdem besser als die Twice davor. Es war trotzdem besser als die Twice davor. Also da kann man nichts sagen. Das lief schon deutlich besser. Ich muss halt einfach meine Klappe halt nicht konzentrieren. Jetzt hatte ich einfach nur ein Wildes in die Karre gesetzt und dann einfach umgeschmissen. Ich schmeiße es an. Jetzt hat sehr viel mit Gas, der Lenkung und auch der richtigen Gangball zu tun. Und wenn das alles nicht zueinander passt, dann ist hier halt relativ schnell problematisch. Das hat uns gerade wieder ganz gut funktioniert. Zweiten rein. Und wieder übertrieben. Wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, er fährt sich auf jeden Fall besser als der E36. Man kann ja vielleicht sagen, es liegt wieder in der Richtung, dass wir einen schönen A86 genommen haben. Plus, dass wir uns halt entschieden haben, ein Boxhead einzubauen. Wie gesagt, neu im Spiel. Und ja, mit dem wunderbaren Eindruck, würde ich sagen, bin ich raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, mir dabei zu sehen, wie ich maximal ein Drift fail. Ihr könnt das besser. Könnt auch gerne abchecken. Wie gesagt, Link zu Drift21 findet in der Videobeschreibung. Danke auch wieder an die Jungs fürs Sponsoren dieses Videos. Das hat mich wieder sehr gefreut. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Mal die Clip hier runterfallen. Und das wird wunderbar. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.